Und was bist du für ein hessischer Dude? Batsch! So, du warst weg vom Fenster. Ich habe offscreen noch ein bisschen gefarmt und gemacht und getan, wie man hier vor allem erkennt. Und die stehen schon wieder hineins, die pflanzen, das gefällt mir. Ja, wir werden heute ein paar Importer bauen, beziehungsweise das hier erstmal zu Ende machen. Das haben wir ja in der letzten Folge angefangen. Wir brauchen die Batterie, die haben wir ja noch unten. Genau, da. Und meine Insel wird überrannt von Endermännern, das ist nicht gut. So, das Gerät haben wir jetzt. Braucht das Strom. Hallo? Hallo, hallo? Wie mache ich das? Okay, wir brauchen erstmal einen Emerald Block. Den haben wir hier. Und wir müssen wieder runter zu unserer Bzzz-Maschine. Los! Geh an! Auf einmal Bzzz! Fertig! Sehr schön! Warum ist das hier vertauscht? Das frage ich mich gerade ernsthaft. So, dann werden wir das aber nach unten bauen. Ja! Denn wir müssen jetzt mal gucken, wie wir dieses Gerät verwenden, das kenne ich nämlich noch nicht so wirklich. Okay, dann brauchen wir Gras, grüne Farbe, Slime Ball und Baum, Zeppling. Okay, Zeppling haben wir hier. Was war noch? Green Dye brauchen wir noch, das haben wir leider nicht. Wir brauchen noch ein Slime Ball, den haben wir hier. Und wir brauchen, denn wir brauchen, ja krass, das holen wir uns gleich hier und wir brauchen dann Kakteen. Da haben wir es. So und Kakteen holen wir uns ganz schnell bei Melvin. Muss er ja nicht wissen. Hab ich alle eingesammelt? Ja. Die bachen wir auch gleich noch ab. So, der hat Eisenpflanzen. Oh, der hat Eisenpflanzen. Hallo, da. Hehehe, abgeerntet. So, diese Ecke werde ich in einer Timelapse bestimmt irgendwann mal aufbauen. So, das, 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 das. Wir brauchen einen Ofen. Wir haben keinen Ofen. Warum haben wir keinen Ofen? Hm, da ist einer. So, Knochen mehr haben wir noch. Die Pflanzen können rein. Davon brauchen wir nur eins. Ähm, und wir brauchen zwei Sticks. So. Davon brauchen wir auch bloß eins. Ich weiß aber nicht, wie man das aktiviert. Also, wundert euch nicht, wenn ich zum Anfang verkacke. So, das und das. Lime Diet. Ahamas. So, äh, das, das und das. Äh, hallo? Wie mache ich das denn? Äh, gibt es ein Bild dazu? Nö. Geil. Aha, das haben wir. Mhm. Aha, ja, okay. Ich bin um nichts schlauer geworden. Ich bin jetzt einfach mal wirklich um nichts schlauer geworden. Jetzt muss ich den hier mal ganz kurz weglegen. Muss ich das jetzt wieder rumwerfen? So. 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 Und jetzt machst du was? Hm. Hm. Oder brauche ich mehrere von denen? Och nee, bitte nicht. Äh, hier, bitte einmal da rein. Das kommt wieder da. Und dann, boah, du scheiße. Dann werden wir uns jetzt doch noch ein paar bauen müssen. Bringt ja nichts. Eins, zwei. Was fehlt denn da in der Mitte? Warte mal. Der CO2 hat das ja schon. Kann ich mal gucken, bei denen, wie das da gebaut ist. Vielleicht sehe ich oder finde ich einen Hinweis. Äh, okay. Ja, hier leckt es. Alter, was ist los hier? Warum leckt das bei denen so stark? Äh, FPS 52. Irgendwas. Alter, das leckt abnormal. Mal. Okay. Was passiert jetzt? Standbild. 2 FPS? Alles klar. Also, nee, hier verziehe ich mich wieder. Alter, was ist das? Nee, das wollte ich nicht aufmachen. Mach das Inventar weg. Knüppel. Nee, das, ey. Hallo. Ah, liegt das vielleicht an dem Backup, was gerade passiert? Ich hoffe es. Nee. Doch, jetzt habe ich wieder 60 FPS. Was war das? Das ist, wenn ich hier rüber gucke auf das Feld, kriege ich ein totales Standbild. Also, oder es sind die Kolossal Chests. Also, irgendwas ist hier, äh... Nee. Nee. Nee, äh, das kann ich nicht machen. Das tut mir leid. Ich muss hier erstmal weg. Da muss ich mit denen reden. Also, irgendwas verursacht hier extreme Lacks bei mir. Arbeitsspeicher. Das sind 3 GB ausgelastet. Ach, da habe ich zugewiesen. Äh... Nee, hier haut irgendwas nicht hin. Also, irgendwas verursacht hier bei denen einen extremen Leck da in der Ecke. Oder lass uns diese Dinger halt. Was ist... Was... warum... wie... Ach, doch so. Okay. Ich brauche diese Display Stands. Dann haben wir es doch noch gefunden. Display Stands... Das lag bei denen ununterbrochen. Nee. Das... Das... Äh... Ey, komm, hier. Nee. So. Mach mich nach Hause. Also, bei denen muss was passieren. Das geht ja mal gar nicht. Äh, äh... Aktuali. So. Dann brauchen wir das da. Davon haben wir gar nicht. Das ist schon mal sehr gut. Hm. Uns fehlt Black Quarz. Wieso auch immer, dann brennen wir uns doch einfach mal was. So, Ring, du kannst hierher kommen. So. Dann können wir das erstmal da rein schmeißen. Und das hier auch. Äh... Davon werden wir noch ein paar brauchen. Quarzblöcke werden wir noch brauchen. Und zwar... Pro Stück 6. Ähm... Ach, das sind die schon. Also... 6. 12. 24. Minus 3. Sind 21. Nein. Das ist jetzt nicht jetzt. Gut. Ähm... Ja, ihr seht, ich hab auch schon ordentlich vorproduziert, damit die Folgen normalerweise etwas aufregender werden. Aber irgendwie... Ja. Ach so, wie mach ich Soulcent? Wie mach ich Soulcent? Ach komm schon. Ja. Wie mach ich das? Ach so, okay. Ja, äh, Sand. Genau. Äh... Hier. Maschine. Du bist wieder dran. Jetzt können wir das erstmal wieder ausschalten. Jaaa... Jaaa... Oh. Stand ich etwa am Weg? Ne. Hä? Was ist denn hier los? Was sollen die Kacke? Ernsthaft? Meine Güte, hast du das nicht mal auf so kurzen Strecke erkennt. Ach, der hat nicht genug Saft? Ok, das versteht sich dann von selbst. Aber dann kann man den, hehehe, etwas höher stellen und gleich 9 auf einmal zoomen. Äh... Stromkabel. Hier. Ist ja wieder zu weit unten. Da ist er genau richtig. Drei. Ach komm schon. So, im DC ist leider noch keiner, was ich ein bisschen schade finde. Hä? Ja. Oh, äh... Äh, Schitteschnitte. Raus, raus, raus. Ähm... Ne, ich muss erstmal wieder überall die Meshes rausnehmen. Es geht nicht anders. Denn... Ich muss ja hier erstmal wieder anschalten, dass das da raus geht. Und jetzt wirds aufgeladen. Sehr schön. Äh... Ok... Hier sind wir auch wieder voll. Jo, dat wird heute mal ne kleine Fail Folge würde ich sagen. Die kommen erstmal weg, die brauchen wir erstmal nicht. Das und das kommt da rein. Ah, ne stopp. Eins davon brauchen wir. So. Ein Diamesh. Und das Compressed Mesh. Wo ist das? Da ist es. Stellen wir das erste mal hier hin. So, also können wir das erste mal wieder abbauen. Das kommt nämlich unten alles hin. Ähm... Oh, du bist ja schnell voll. Das fetzt das Teil. Ja. Nochmal. Los. So, dann craften wir uns das schnell zusammen. Boah, ernsthaft. Mann, das... Ich sag ja, das wird halt ne richtige Fail Folge. Was? Was? Arschloch. Wer will... Was willst du von mir? So, das hast du jetzt davon. Ja, ihr seht, ich habe das Regenspiel ausgeschalten wegen den Endermännern. Damit die sich verziehen. So. Was hatte ich gesagt? 21. Haben wir hier. Die kommen unten hin und die kommen oben hin. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. Dann brauchen wir unseren Schüssel wieder. Äh... Das. 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 Und das da raus. Und wieder runter zu unserer Maschine. Und anschalten. Hallo? Das ging doch so, oder? Chilled Quarz. Ja. Hallo? Da war Chilled Quarz. Ich habe das Falsche genommen. So und ihr seht, ich leide gerade Hunger, warum geht das nur bis halb runter, warum ist Difficulty auf Easy gestellt, ich glaube ich weiß warum, der Server war das eine aber nämlich down und seit dem hatten wir auch nicht mehr nachgeguckt so wirklich, aber gut, dann muss ich nochmal in die Konsole rein, das da rein, das da rein, den Rest machen wir aber in der nächsten Folge.